Da! 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 Da, Alter! Psst! Wir müssen aber leise sein, dass er uns nicht hört. Guck mal, da versteckt da was! Vor was hast du denn Angst? Vor dem aus der Haare... Quatsch, wir müssen nur leise sein! Jana hat gepetzt, ne? Warum? Ja, normalerweise muss der Osterhase noch arbeiten. Wir dürfen das gar nicht sehen! Ihr müsst euch merken, wo der Osterhase die Sachen hinbringt! Jetzt gucken wir ihm ja zu, was er macht! Guck mal, da! Jetzt wissen wir ja schon, wo er es versteckt hat! Ja! Und den wir dann schnell haben! Ja! Da haben wir noch alles drin! Du meine Güte! Du meine Güte! Hat er viel zu tun? Ja! Guck mal auf die Saal! Ja! Das ist der Osterhase! Das ist der Osterhase! Das ist der Osterhase für uns! Das gibt's ja nicht! Für euch! Nein! Für uns nicht! Für Kinder! Ja! Aber wir dürfen den Osterhase nicht erstrecken! Dann ist er gleich weg, ne? Der sieht uns nämlich, glaube ich, gar nicht! Dann machen wir gleich weiter! Guck mal, der hat so viel Arbeit! Der guckt gar nicht hier hoch! Deswegen ist er so spät dran! Viele, viele Kinder sehen den überhaupt nicht! Osterhase! Pssst! Der darf uns doch nicht sehen! Pssst! Dann ist er gleich weg, wenn er uns sieht! Der hoppelt auch ganz weg! Hase haben da immer Angst! Und jetzt hoppelt er gleich weiter zum nächsten Kindern! So, Yana? Ne, bei Yana war er doch schon! Der Yana hat ja gerade angerufen! Der Osterhase war hier! Ja, aber ich glaube, er hat alle geschehen! Gewink mal! Winken! Ne, der Osterhase sieht uns nicht! Der sieht uns gar nicht! Weg! Weg!